Moin moin, willkommen hier zurück zu Sender Vault, weiter geht's. Gar nicht viel schnacken, ähm, wir gehen mal, gehen wir mal zum Gang, ob ich da weiterkomme? Bevor wir hier die Hilfe lesen, was wir so als nächstes machen müssen. Lauras Notiz hab ich noch. Wir gehen mal zum Gang. Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen, aber ich muss meinen Kopf benutzen. Robert, du meinst bestimmt meinen Kopf. So, wir haben hier eine Alarmglocke. Auf jeden Fall haben viele Wachen hier. Da müssen wir hier vorbei. Ich werd gleich mal lesen, was wir als erstes machen müssen. Aber erst mal hier die Alarmglocke. Für Gudach. Eine Alarmglocke mit einem praktisch aussehenden Hämmerchen. Oh, hoppla, kaputt. Hoffentlich bricht jetzt kein Feuer aus. Ich muss... Ich muss... Okay, wir haben hier ein Käfig und wählen sie dich. Ein Vogelkäfig. Ein Hauptquartier. Aha. Ein Hauptquartier. Ach, wie putzig. Irgendjemand hat ihn wie einen kleinen General angezogen. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch, Sergeant Piepmatz. Aber zu Körnern sag ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Ist das geil. Mein Pürzel. Der Piepmatz. Oh, leu. Wir können sogar mit ihm reden, mit dem Piepmatz. Piepmatz, wenn sie dich konroy und wachen. Dann mal los, Robert. Gib mal Gas hier. Was tut ihr denn hier? Eine verdammte Pflicht. Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Na ja, sie würden einfach stehen bleiben. Okay, sie bleiben einfach stehen. Die Wachen bleiben einfach stehen. So wie jetzt gerade eben so. Nicht gerade eben, sondern sie stehen jetzt einfach. Ist der Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey, Junge, du hast nicht zufällig nen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein? Wofür denn? Nen Pinzstein vielleicht? Auch nicht. Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay. Im Spiegel? Ich hab ja da den... Na, gucken wir mal nachher. Wir fragen erst mal weiter. Hier, wegen... Ja, wellensittig. Ach, er will ja ein bisschen... Hier, ein bisschen... Ähm... Na, wie heißt das? Nicht Zuneigung? Obwohl, Zuneigung würde auch passen, ne? Wir fragen einfach mal weiter aus, hier. Ihr seid ein wellensittig. Was? Super! Heißt das, ich kann fliegen? Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen wellensittig ist. Ja, nicht wahr? Ich hab als krumm Sittig angefangen. Keine schöne Sache. Hab meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh, war ja... Im Krieg? Nein, von der Stange. Kein schöner Anblick. Das kann ich dir zwitschern. Ist bestimmt nicht schön. Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Ey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle. Sergeant Peeperts Lonely Hearts Club Band. Ach, lol. Okay. Ähm... Also was zum Blasen besorgen. Aha. Ihr arbeitet für Conroy? Ja, seit zwei Jahren schon. Und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischi-Waschi-Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedensgraben. Ja, furchtbar. Ja, genau. Sehr furchtbar auf jeden Fall. Du arbeitest also gerne für Conroy? Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kennt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Ne Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich hab schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Körnern? Was will er denn noch alles haben? Spiegel? Irgendeine Flöte zum Blasen? Jetzt will er noch Körner haben. Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Feine Jungs! Jeder hat ein besonderes Talent! Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechaniker-Einheit. Die absolute Elite. Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden. Oder die Marschwachen. Was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Indernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Mhm. Ach so, so. Dann sind wir auch fertig hier, ne? Okay. Danke für das, äh, Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge. Ich wollte gerade sagen, pfeif mal, dass die Wachen wieder ähm, sich bewegen. Wir haben ein Hämmerchen. Ein kleines, präzises Hämmerchen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Für einen Vogel? Der ist zäh. Den kann man nicht erschlagen. Was ist das denn? Dem werden sie dich auch nicht erschlagen. Hätte ja sein können, dass er das irgendwie gebrauchen kann. So, auf jeden Fall brauchen wir Material für den Vogel. Ich weiß noch gar nicht, wo wir das alles jetzt herbekommen. Ich schaue mir noch mal das Plakat an. Das Bild der Mechaniker-Wache. Aber irgendwie sehen sie alle gleich aus. Okay. Kann ich das eventuell vorn, obwohl das ist ja kein Ausweis. Nee, nee, nee. Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Ja. Haha, sieht mich an. Ich bin eine Wache. Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Na, vielleicht die Wache da vorne. Nee. Wir gehen mal zurück. Ich glaube, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ich probiere es gleich mal, aber... Moment, ich drücke mal Leertaste. Was haben wir denn hier noch? Ah, wir haben noch ein... Ein Pünktchen haben wir hier noch. Hier vorne. Abgebrochenes Steg haben wir hier noch. Und da unten haben wir einen Abgrund. Sieht verdammt tief aus. Spring runter, Robert. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Noch nicht. Dieser Weg führt direkt in den Abgrund. Okay, wir kommen da nicht rüber. Die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, den Fußspuren zu folgen. und die Spuren führen im Kreis. Klingt nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ja, wir kommen da nicht vorbei. Wir müssen dann was mit dem Vogel machen. Alarmglocke. Alarmglocke. Wir haben hier auch noch links einen Punkt. Das ist die, werden sie dich. Ein Käfig. Okay, der Käfig. Ein Vogelkäfig. Ein Hauptquartier. Hauptquartier. Das mit dem Käfig hat auch noch was auf. Ich habe noch keine Idee, Leute. Die Wache eventuell da hinten, die da hinten immer hin und her läuft. Die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, dass... Ja, ja, das hatten wir ja schon. Das hatten wir ja schon. Nee, gerade keine Idee. Ich gehe mal nochmal zurück zum Hangar. So, erfüllt das Bild. Nee, ich glaube, das Plakat da... Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Äh, Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Hm? Hm. Ich lasse mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Der glaubt das sogar. Ich glaube es ja nicht. Den kannst du... Ach, ja. Ich glaube, das war... 18 oder so. Okay. Hey, Moment. Die Erkennung hat drei Teile. Klar, ich wollte gerade den zweiten Teil sagen. weiß ich nicht rätseln raten angesagt ich nehme mal blau ja das ist eine gute farbe total unterschätzt und der dritte teil brauche jetzt richtig 18 hälst du mich für vollkommen bescheuert als wäre das eine mechaniker wachen kennung ich kenne doch die kennungen wie kann jemand so komplizierte zahlen auswendig aber seine schnürsenkel nicht allein zu binden genau wenn man mal mit klettverschlüssen angefangen hat kann man einfach nicht mehr aufhören so wie gehen wir noch mal zu den bildern 10 8 haben wir hier 10 violett 8 oder wir haben vier braun 8 10 violett 8 braun ist einfacher zu merken vier braun 8 probiert mal vier braun 8 neuer versuch kumpel kann ich vier braun 8 ja vier braun 8 ich lasse mich doch nicht versteht du bist doch eine der aussichtswachen nenn mir deine vier ok moment die kennung hat drei teile klar ich wollte gerade den zweiten teil sagen so braun ah ja das ist eine gute farbe total unterschätzt und der dritte teil nummero 8 das ist keine mechaniker wachen kennung du bekommst nichts was denn maschinen nein so steht ja nichts dran das wäre ja auch so einfach steht auch hier maschierwache rum warum steht da nichts das kann ich nicht verwenden das wäre auch zu einfach gewesen das kann ich nicht verwenden ja toll mich herrg mechaniker wache braun nicht blau hat ja eigentlich glaube ich geklappt ne blau wir haben da ziehen violett 8 4 braun 8 ich weiß es nicht Leute wie kommen wir denn an der farbe steht das ich sehe das nicht wir brauchen eine nummer wir brauchen eine nummer wir kriegen wir denn jetzt die nummer raus habe ich wieder was übersehen zehn violett 8 4 braun 8 ich versuche mal die 6 zu nehmen es ist ja immer mit 8 am ende ich nehme mal die 6 einfach nur mal ausprobieren 6 und dann nehmen wir die farbe grün einfach mal so rätseln aber so bekommen wir das leider nicht raus ich könnte natürlich hier oben das fragezeichen anklicken und dann na aber wir machen das mal ohne dauert zwar ein bisschen länger aber komm oder kann ich das nochmal untersuchen hier das bild der mechaniker wache aber irgendwie sehen sie alle gleich aus ja aber es müsste doch was draufstehen ich könnte es mir vors gesicht halten haha sieht mich an welcher idiot würde denn darauf reinfallen na diese wache hier äh micha kumpel äh k so mach schneller ich lass mich doch nicht versche- du bist doch eine der nenn mir so 6 wollte ich ausprobieren ja wir nehmen mal die 6 ok hey moment die kennung hat 3 teile klar ich wollte gerade den zweiten teil sagen vielleicht klappt das ja violett braun wir nicht nehmen also nehmen wir mal grün ahja das ist deine kuh und der dritte teil die blau ich hab blau nehmen müssen ne blau ich nehm mal die 8 das ist keine mechaniker wachenkennung du bekommst nichts ich nehm die 10 gleich mal äh kumpel äh k hm ich lass du bist nenn mir aber ich weiß nicht ob die 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 farbe richtig ist ich nehm nochmal die 6 ok ey moment die klar ich wollte gerade den 2 soll ich nochmal grün nehmen ich nehm nochmal grün ahja und der und jetzt nämlich die 10 das ist keine mechaniker wachenkennung du bekommst nichts naja komm leute wir lesen mal ich hab's versucht finde laura ja schalte die marschier wachen aus zum beispiel so erstmal hier schalte die marschier wachen aus nein ich muss mit laura erstmal laura warum zeig dir mal ein dauerndes aus äh warum zeig ich mir das was hab ich grad gesagt warum zeig dir das dauernd aus sondern weil der ausstand deswegen hab ich ausgelesen schalte die marschierenden wachen aus ne die muss ich ja ausschalten laura finden also ich muss ja da muss ich ja erstmal hier anfangen ja der klarlack eimer und der inbusschlüssel bei der mechaniker wache mit dem bauplan sehen nützlich aus leider ja leider verleiht die wache ihre sachen nur an andere mechaniker wachen vielleicht kannst du dich als mechaniker wache ausgeben mit dem plakat klappt das schon fast du musst aber noch die mechaniker wache ja wachenkennung nennen sind die irgendwo schon mal wachenkennung begegnet hab ich schon wieder was übersehen bei der bilderreihe natürlich ok ja wenn du die bilderreihe untersuchst kannst du in der nach nachansicht sehen dass unter jedem wachenbild ein spruch und eine kennung steht ja ja soweit waren wir ja auch schon leider fehlt bei der mechaniker wache ganz links die kennung kannst du bei den anderen wachen sprüchen und kennung ein system erkennen eine kennung setzt sich nach dem schema zahl farbe zahl ich bin schon wieder doof warte mal eine kennung setzt sich nach dem schema zahl also farbe zahl zusammen die jeweils letzten drei wörter eines wörter eines spruchs reimen sich auf die drei teile der kennung zum beispiel gesehen brett schacht 10 ach so wie ich verstehe das grad nicht 10 violett 8 ok der spruch der mechaniker wache endet auf bier bierfrau arsen welche zahlen reiben sich auf bier und arsen welche farbe reimt sich auf ich hab keine ahnung die mechaniker wache erkennung lautet ach so ja vier ja vier blau 10 ok vier blau 10 aber der spruch der mechaniker wache endet auf bier h ja der länge vom wort stimmen vier bier bier vier frau blau ja das reimt sich doch bier vier frau blau stimmt jetzt habe ich es auch im kopf jetzt habe ich ja schon die lösung vier blau 10 benutzt das plakat mit der mechaniker wache und gibt dann wenn du nach der kennung gefragt wird nacheinander die antworten vier blau und zehn machen wir doch das machen wir noch ist ja echt einfach ne eigentlich eine mechaniker wache hoffentlich obwohl das auch so aber dass ich das auch verstehe das dauert sowieso so setzen wir nochmal die maske auf hier äh kumpel äh k was war das jetzt vier blau 10 ich lass du bier nimm mir dein vier vier okay hey moment die kennung hat drei teile klar ich wollte gerade den zweiten teil sagen so blau ja das ist eine gute farbe total unterschätzt und der dritte teil die wachen tragen ja auch blau ich bin aber auch ein schussel ne 10 ach ja ist ja witzig ich dachte du wärst tot na dann bedien dich ich habe eh keine ahnung wozu das gut ist aber zurückbringen so was haben wir jetzt bekommen ach wir wollten ja den imbus schlüssel haben mechaniker wache vier blau zehn hier ich nehme das hier mal mit ja was hast du da ich weiß nicht genau okay nimm mit das andere kriege ich nicht mit ne da muss ich ja hier so ein klar klarlack auszubildender sein und kein mechaniker ne ich nehme mal mit mechaniker wache vier blau zehn hier kann ich den einmal mit dem klarlack haben von mir aus ich habe keine ahnung wozu man das braucht aber zurückbringen naja kugelförmiges bauteil kann ich das haben nein das brauche ich noch glaube ich okay hier war noch irgendwas mit seinem knie hier jetzt haben wir ja imbus schlüssel und wir haben einen klarlack eimer und ich habe keine ahnung was wir damit machen machen werden können was machen wir denn damit jetzt haben wir das zeug und ich hole mir mal einen tipp das hatte ich ja zu schnell warte moment moment die marschierwachen reagieren auf das pfeifen von dem wählen sie dich du musst ihn als erstes ausschalten da wählen sie dich okay vielleicht kannst du dir den umstand zunutze machen dass es sich um einen wellensittig handeln im hangar von anfang findest du etwas äh im hangar vorm anfang findest du etwas was dir weiterhelfen kann die flagge sieht nützlich aus also die flagge müssen wir erstmal organisieren du müsstest die flagge runter lassen um sie nehmen zu können vielleicht hat der kurbelkasten etwas damit zu tun leider fehlt die kurbel die kurbel habe ich ja jetzt hast du etwas bei dir was du als ersatz für die kurbel nehmen könntest ja der imbuss gedünst da ne imbussschlüssel sieht doch fast wie eine kurbel aus benutze den imbussschlüssel mit dem kurbelkasten das machen wir noch hm dieser kurbelkasten und die flagge haben irgendwas miteinander zu tun ich weiß nur noch nicht was so kurbel mal ne runde hier das kann ich nicht verwenden du sollst kurbeln flagge mitnehmen komm her kleine flagge dein job ist gerade wesentlich interessanter geworden so kann ich die kurbel auch mitnehmen ne das war's denn ne ok ja Leute sind wir wieder ein Stück weiter ich mach Feierabend immer so bei 20 Minuten folgen ich mach jetzt wieder ein zwei Tage Pause mal gucken ob ich das wieder die nächsten Tage schaff wieder weiter aufzunehmen wissern wollt und seid gespannt auf jeden Fall geht es weiter auch wenn es immer dauert es geht auf jeden Fall weiter das Spiel wird fertig bis zum Ende durch let's play das steht da schon mal fest ne danke bis hierhin fürs einschalten und wenn es euch gefallen hat lasst mir doch ein Abo da lasst mir doch einen Daumen nach oben da der Askemann freut sich drüber und bis zum nächsten Mal bis dann euch noch einen schönen Tag tschüss bis dann